und herzlich willkommen zu marika dub dash mit den letzten 100er k namens aber wir müssen erst mal ein karakter aussuchen natürlich müssen wir jetzt richtig fahren und natürlich der kapp sterne kabel kaban und dann lese ich jetzt nicht vor in den letzten rennen wollen wir nur zweiter aber wenn wir es diesmal schaffen und dann fährt das leaky gegen den panzer beim andere und archiver diesmal müssen wir alles geben wir können eine niederlage nicht wieder Oh, die Pizza! Hallo! Hallo, Daisy! Daisy? Ah, lass mich helfen! Aua! Übertreibt uns! Aha, Shaga ist umgehauen! Die werden nie wieder kommen! Oh, einer bitteres Rennen! Und die Affen-Jungs sind vorne! Warum sind die vorne? Kann sie keiner aufhalten? Und wo sind sie? Super Mario, du hast alle betroffen! Jetzt müssen wir nochmal alles geben! Wir sehen die Affen-Jungs! Und ein Schaiger ist wieder zurück! Taktisches Wechsel bei den Affen-Jungs! Die sind irgendwo gegengefahren! Die sind irgendwo gegengefahren! Wir müssen es schaffen! Leengthen und Affen-Jo comenten! L surtout dann, umgehauen, versuchen zu können, umgehauen! Fuck damn! Wow! Not too bad, right? What up! ... ... wir müssen jetzt alles geben wir starten als letzter hinter uns ist noch das große Vario Team ich halte mir die drei Pilze ein bisschen auf so Affen Team ich habe kein nichts sonst gegen uns wo sind die Affen Jungs? ich sehe sie nicht oh ne da habe flogen die Riesenbanane Wahnsinn kam hart zu wenig ich warte das ist ja überholt aber er überholt ja nicht wir fahren 70 was die Babys nicht geschafft haben wir fahren 70 70 cm nie im Leben kleiner Peter seht ihr die Sleeky Moves? Sleeky Pilze da kommen sie da kommen sie da kommen die Affen Jungs Junge jetzt tut schon der Gas geben die Däumen weh aber wir schaffen das wir schaffen das äh oh ja oh ja oh ja hi i'm daisy hi i'm daisy ok let's go n up do tut ich like dich ru le 습니다 mer Mario! Mario! Hi! Got my night Da hat er Push oder Push? Mein Gott, das ist jetzt so viele vorne. Oh nein, das hat er grün. Wir haben einen grünen Panzer. Und der ist es blatt. Der ist es K.O. Wir werden verlieren. Also sie sind in den 100er Cup nicht so gut reingegangen. Naja, dann müssen wir in den 150er Cup in die Regel. Oh, das klappt immer nicht. Nein. Noooo, was haben wir noches? Donkey Kong ist noch in der Nähe! Bein der Nähe! Nein! Ihr Saubecker! 2 Höre! Das müssen wir doch schaffen können! Wir schaffen das! die führung ausbauen ich sehe sie schon nein das ziel Scheiße. Au. Ne, wie gerade, das ist irgendwie doof. Oh ne, noch Donkey kommst dreck, oh. Du Scheiße. Oh, Donkey komm, ist nicht erster. Hier war noch Geist. Guck mal, der Berg, der ist voll sauer. Also Aquaman. Aquaman. Den kennt ihr Aquaman nicht. Kennt ihr noch Action Man? Und damals bei The Leaf, glaube ich, bei Super at the end. Boah, diese Kurve. Nein. Danke, was du mich rausgeangelt hast. Oh, voll an der Kunt. Scheiße. Scheiße. Mami. Wir hätten das gewinnen können. Boah, man kann voll unter den Rocks sehen. Oh, der Berg, der war hinten rauf. Der macht das Rausch, Scheißchen. Oh, der Berg, der war hinten rauf. Der macht das Rausch, Scheißchen. Oh, der Berg. Komm. Scheiße. Ich pfeife. Das ist die Creme à la Träume. Was für Träume? Komm schon! Super Fuchs, komm! Wir müssen gewinnen! Komm schon, komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Scheiß Banane! Okay, das haben wir verloren. Oh ja! 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 Bah ich würde mal sagen, das war Part Nummer 6 von Mario Kart Double Death. Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! So.